Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net. Ja, am Wochenende, da hat es wieder ordentlich gescheppert. Vor allen Dingen Richtung Sachsen, da hat es einige heftige Unwetter gegeben. In zwei Stunden fielen in Ostsachsen teilweise 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Richtig nass wird es auch heute nochmal, vor allen Dingen hier im Süden vom Allgäu Richtung Bayerisch im Wald. Hier können bis zum Abend 50 teilweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Nach Norden hin dagegen, da wechseln sich Sonne und Wolken meist nur ab und es bleibt trocken. Hier erreichen die Temperaturen 17 bis 23 Grad und beim Dauerregen werden maximal um die 14 Grad erreicht. Die kommende Nacht bringt vor allen Dingen entlang der Donau und südlich davon weiteren Regen, teilweise auch Gewitter und das Ganze bei 9 bis 12 Grad. Sonst nach Norden, da funkeln zeitweise die Sterne und es bleibt überwiegend trocken. In den kommenden Tagen wird es immer wärmer und auch freundlicher. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag dann 22 bis knapp 30 Grad und das wäre dann damit das erste Mal, dass in diesem Jahr die 30 Grad-Marke erreicht wird und das wäre dann auch ein Hitzetag. Insgesamt dazu viel Sonnenschein, allerdings immer wieder in der zweiten Tageshälfte muss man mit einzelnen, zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern rechnen. Die können Starkregen, Hagel und auch Sturmböen bringen. Und der Blick auf das kommende Wochenende, es bleibt weiterhin schwül warm und teilweise auch gewittrig. Am Sonntag und auch am Samstag können teilweise Temperaturen von 30 bis 34 Grad erreicht werden. Und mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Wochenstart. Tschüss, bis morgen. Hertz, bis morgen!